Ich bin Daniela, ich bin Online- und Social-Media-Verantwortlicher bei der Coop-Zeitung. Und da ich nicht sehr guter Witzverzähler bin und ich vielleicht eher ab Memes lache als ab Witz, habe ich mir jetzt einfach die acht schlechtesten Kurzwitze aus dem Internet ausgedruckt und werde die jetzt vorlesen. Wie nennt man eine Gruppe von Wölfen, Rolfgang? Warum macht eine Blondine ihren Joghurt schon im Laden auf? Weil darauf steht, hier öffnen. Der Himmel ist dort, wo der Brit-Polizist ist, der Franzose der Koch, der Deutsche der Mechaniker, der Italiener der Liebhaber und der Schweizer organisiert alles. Und in der Hölle ist der Brit der Koch, der Franzose der Mechaniker, der Schweizer der Liebhaber, der Deutsche der Polizist und alles ist organisiert worden vom Italiener. Mein Witz ist der, zwei Muffins sitzen im Backofen. Sagt der eine, wo ist das heisst du ihnen? Sagt der andere, Hilfe, spreche zum Muffin. Wie heisst Geigenkasten auf Spanisch? Fidel Castro. Wie heisst ein chinesischer Bergsteiger? Hing am Hang. Warum? Was ist das Gegenteil von Frühlings erwachen? Später rechts einschlafen? Wieso freut sich eine Blondine so fest, wenn sie nach sechs Monaten eine Puzzle fertig hat? Weil darauf steht, zwei bis vier Jahre. Ich bin der Thomas und bin der Redaktor. Ein Mann muss zum Psychiater. Nach dem Untersuch sagt der Arzt, es tut mir leid, der Befund ist klar, sie sind ein bisschen irr. Dann sagt der Mann, da will ich noch eine Zweitmeinung. Dann sagt der Psychiater, okay hässlich sind sie auch. Was ist süss und läuft durch die Wüste? Ein Karamell. Was hassen Fisch. Antischuppen Shampoo. Wieso geht der Sarg nicht auf, weil ein Zuhälter drin liegt? Kennst du den Witz vom vorderen Trämmchen? Ich auch nicht, ich war im Hinteren. Ein Witz. Der Polizist. Papierröhre. Der Autofahrer. Schere. Was sagt der Pirat, wenn er Trocknungsgras hat? Ahoi! Ich habe gestern bei Weight Watchers angerufen, hat keiner abgenommen. Ich bin Morgan Roth, Multimedia-Redaktorin und ich habe einen Elsässischer Witz. Eine Gruppe Jungen spazieren aufs Land. Sie sind scheisse, sie haben Durst und eigentlich finden sie so einen kleinen Barla und sie wollen trinken. Aber dort ruft der Pirat, der schreit. Trinken nicht von dem Wasser! Drei, schiessen drei! Ein Junge schaut zu ihm und sagt. Ich spreche francais, was? Ich glaube, ich verstehe, dass ich den Alsasien mit dem Dialog des Vieux. Dann sagt der Pirat, boit dusement. Er ist froh.